Mein Name ist Manfred Rupp. Ich mache bei der Zauberhaften Aktion Rottgau, Gärle Schmidt. Hier haben wir ein Beispiel, was die Mitbürger alles in der freien Natur entsorgen. Aber hier liegt ja auch noch einiges, weil im Bauhof kann man abgeben Elektroschrott, Elektro-Großgeräte, Metallschrott. Also hier haben sich Leute sehr viel Mühe gemacht, das hier so schön zu verpacken. Und das können Sie einfach nur im Bauhof abgeben, weil die Mitarbeiter dort, die sind so nett, die helfen dir sogar. Gebt das doch bitte in unserem kostenlosen System ab, was wir durch den Bauhof oder durch die Komposierungsanlage haben oder eben halt auch durch die Müllabfuhr. Und nutzt die freie Natur für eure Erholung.